Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ihr wolltet ja mal ein bisschen Abwechslung haben. Und ich dachte, es kommt richtig gut bei euch an, wenn ich versuche, in einen OG-Clan reinzukommen. Es ist gerade richtig Trend, dass Leute bzw. YouTuber versuchen, in irgendwelchen random OG-Clans reinzukommen. Und ich dachte mir einfach, wieso versuche ich das nicht auch? Und ich habe auf Instagram eine Seite gesehen, bzw. einen OG-Clan. Das war so eine Instagram-Seite, die von irgendwelchen OGs geführt wird. Und ich habe diese Seite einfach mal angeschrieben, ob die noch Members suchen, also ob die noch Leute suchen, die den OG-Clan joinen können. Und ich habe dann auch eine Bewerbung hingeschickt, habe mir auch extra einen neuen Account gemacht. Also das hier ist ein neuer Account, hier ist nichts drauf, keine gekauften Skins, der ist gerade erstellt worden. Ich habe mich dann einfach mit dem Account hier beworben. Der Typ hat gesagt, yo, ich will mir reinziehen, wie gut du bist. Adde mich einfach mal, das habe ich auch getan, er hat schon angenommen. Und ich werde jetzt einfach mal in seine Lobby joinen und mal gucken, was er sagt. Und lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt. Dann würde ich sagen, ich joine jetzt einfach mal in seine Gruppe. Let's go. Hi, bist du der OG-Clan-Leader, mit dem ich geschrieben habe? Ehre. Yo, ich bin der Bewerber, also ich wollte versuchen, in euren Clan reinzukommen. Stopp, stopp, stopp. Du musst in unseren Clan reinkommen. Ja? Diesen Skin. Ja, ich habe nicht genug Geld, um mir irgendwelche Skins zu kaufen, deswegen spiele ich einfach No-Skin. Aber ich kann bestätigen, dass ich ein richtig guter Spieler bin, also auch wenn ich No-Skin bin. Das sagen die alle. Doch, wirklich, glaub mir, du musst mir unbedingt glauben, Mann. Und dein Name? Besser wird als OGs? Ja, deswegen, das ist so ein Beweis, weil jeder denkt, oh, ich bin No-Skin. Dann habe ich mich einfach so genannt, dass die Leute wissen, dass ich einfach besser als OGs bin. Weißt du, wie ich meine? Okay, komm, ich gebe dir mal eine Chance. Ich bin jetzt Doos, beweise dich mal. Okay, ganz normal Doos. Okay, perfekt. Kein Problem. Gibt es bei euch irgendwie eine Anforderung, dass man bestimmte Killanzahlen machen muss oder so? Ja, du musst jetzt erstmal reinschwitzen, du musst dich richtig beweisen. Okay. Und du musst einfach gut sein. Einfach gut sein? Okay, kein Problem für mich. Kein Problem für mich. Ich bin der größte Schwitzer, glaub mir. So, du sagst, du bist der Beste. Ja, ja. No joke. Wirklich. Also, ich bin relativ gut, also, ich mache Runden mit, äh, ich mache 20 Bombs. Ich mache... Das glaubt kleiner. Doch, wirklich. Doch, wirklich. Oh, hier landen sehr, sehr viele. Und ich, äh, du bist No-Skin. Ich hoffe... Alles besser als OGs. Ja, aber ich... Das ist kein Problem, glaube ich, für mich. Hier landen sehr viele. Wo sollen wir genau hin? Einfach ins Haus? Oder? Ich dachte nur hier hin. Oh, du willst mir gar nicht helfen? Nein. Okay. Ich muss hier alles regeln. Hab einen. Ein Top. Der hat... Nein, Digga. Du hast nur Glück gewesen. Nein, Digga. Der hat eine Pump. Und ich habe ihn auseinandergenommen. Glaub mir. Nein, nein, nein. Glück. Ich habe auch einen. Jetzt bin ich gleich tot. Ich habe kein... Dein Leben, ja. Oh, du bist schlecht, Digga. Das habe ich am Anfang an gewusst. Nur Zeitverschwendung. Das Ding ist, es kommt am Anfang immer auch auf dem Loot drauf an. Da fahren die alle. Oh, oh. Ne, jetzt Achtung. Ey, der hackt. Wo ist der? Der hackt. Der hat hackt dann. Der hat gehackt. Kriege ich vielleicht noch eine Chance, weil wir haben irgendwie beide... Ja, der hat gehackt. Ich schieße dich beide. Yo, Leute. Wir haben jetzt eine neue Runde gestartet. Also der Typ, der OG-Anführer, der ist irgendwie lost. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich lost. Der ist gerade einfach an einer Granate gestorben. Und er ist einfach OG-Anführer. Keine Ahnung, wieso er an einer Granate stirbt. Keine Ahnung. Egal. Mal gucken, was jetzt alles so passiert. Ey. Yo. Nosekin. Hey, wieso? Wieso nennst du mich jetzt einfach Nosekin, Mann? Als wäre Nosekin... Nosekin, Mist. Ist gestorben. Oh, Mann. Wir waren ins Criven Park. Das ist meine letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Hier landen schon wieder so viele. Ja, ist ja immer so. Bei uns landen 100.000 Leute im Criven Park. Oh, no. In WM. Okay, ich versuche mich anzustrengen. Aber hier landen so, so viele. Oh, no. Das ist gar nichts hier. Okay, ich habe eine taktische. Komm, mach Kids. Ich helfe dir aber nicht. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe dein Bestes. Ich will unbedingt in euren Clan reinkommen. Also wirklich. Ich will es von ganzem Herzen. Ich wollte schon immer in einen OG-Clan reinkommen. Das wird aber ganz schwer, wenn du ein No-Skin bist, ne? Ja, und der Typ ist einfach von einer Granate gestorben und will mir irgendwas erzählen von No-Skin, dies, das. Okay, wir müssen... Aber wir müssen Gegner. Okay, ich komme. Hey! Ich komme. Wirklich? Ja, ich bin doch gekommen. Ich bin... Ja, das war's nicht alle. Sehe, guck dir das Skin mal an. Guck dir mein Skin. Oh, je. Das ist selten, das Ding hat sich spielt. Okay, wir müssen jetzt... Deiner ist das seltene Skin im Spiel? Ja. Nein, Mann. Der seltene Skin im Spiel ist gerade reconnected. Gibt's nicht. Okay, der Typ hat wohl gar keine Ahnung, was OG-Skins sind. Fahle. Okay, da... Gegner. Schieß. Habt einen Hit. Er ist white, er ist white. Ich mach gar nichts. Du machst alles. Hab ihn. Dann einen mit Leder. Komm, Digga. Wenn du den tötest, dann hab ich... Gut, hoffe ich nicht. Oh. Hab ihn. Oh, ey, Digga. Hab ihn. Mach deinen Exma aus. Ich hab's gesehen. Was für Hacks, Mann. Ich hab 10 HP, Mann. Ich bin fast gestorben. Das war einfach nur perfekt gespielt. Aber ist gut. Von guter Notgleich. Hast du irgendwas... Hast du was zu mir? Guck mal, weil du gut gekämpft hast, bekommst du Verbänder. Okay, perfekt. Danke. Ich geb dir ein Mini, hier. Ich brauch deine Schrottdinger nicht. Achtung, da hinten sind Gegner. Westen. Also der OG-Anführer ist irgendwie toxic, hab ich das Gefühl. Mal gucken, was wir jetzt in dieser Runde noch so machen. Bist du pushen gehen. Äh, safe. Können wir machen. Komm, push dir Gegner. Du musst dich beweisen. Okay, okay, okay. No problem. Du bist aber guter Notgäng. Oh, ich hab aber keine Mads. Das ist ein bisschen kritisch. Ich muss kurz... Da vorne, Gegner. Töte sie. Der Tilt-Break. Hier ist auch ein Gegner in der Richtung. Oh, er hat mich gelacet. Oh, schlecht, Digga. Komm, wenn du einer von denen tötest, dann bist du richtig gut. Ich hab halt keine Mads, Mann. Einer ist auf dem Dach. Ich mach gar nichts, ne? Warte mal auf dich. Komm, einen. Guck, den. Ich muss alles machen. Komm, der andere ist ultra-lau. Komm, töt den. Hab ihn. Was? Du bist gut. Ich will unbedingt in deinen OG-Clan. Deswegen streng ich mich grad übelst an. Bist du grad am schwitzen? Ja, Mann. Beziehungsweise, was heißt schwitzen? Es ist eigentlich nicht gerade... Nicht so anstrengend. Also, ich versuch mich grad... Ich bin grad nur nervös, weil ich unbedingt in euren Clan kommen möchte. Also wirklich jetzt. Ganz sicher, dass du in unseren Clan reinkommen willst. Ja. Sowas von sicher. Wir brauchen einen richtig guten... Weil wir spielen halt so WM. Mit Epic Games-Mitarbeiter. Die spielen auch... Nein, ich meine... Epic Games-Mitarbeiter. Ich bin auch Fortnite. Wirklich Epic Games-Mitarbeiter? Ja, wir machen gegen den immer so World Cup. Und wir haben schon dreimal gewonnen. World Cup mit Epic Games-Mitarbeitern? Ja. Hab einen. Ich schau mal bei den Kindern nicht. Das ist die erste Ringe. Okay. GG, ich hab ihm einen richtigen Hit mitgegeben. Also Leute, der hat irgendwie gar keine Ahnung. Er sagt, dass Epic Games-Mitarbeiter in seinem OG-Clan... Ne, Moment mal. Was hat er genau gesagt? Warte, ich muss mal nochmal nachfragen. Yo, ähm... Was hast du da gesagt? Epic Games-Mitarbeiter sind in deinem OG-Clan, oder was? Nein, schau mal. Mein Clan macht VM gegen... Gegen Mitarbeiter. Ach so, gegen Mitarbeiter. Ja, und wir haben dreimal gewonnen. Okay, nice. Okay, wirklich nice. Okay, anscheinend spielen die mit seinem Clan gegen Epic Games-Mitarbeiter, was komplett lost ist, weil Epic Games-Mitarbeiter eigentlich nur für den Support und sowas zuständig sind. Und er sagt einfach, dass sie gegen die Epic Games-Mitarbeiter spielen. Okay, komplett lost der Typ. Oh Mann. Ich werd's dir noch beweisen. Ich nehm mal hier ein Laserschwert mit. Oh, die Tommy-Gon ist im Spiel. Ohne Laserschwert. Ohne? Okay, okay, okay. Guck mal, mit Laserschwert gibt's halt so einen Bug, dass du fliegen kannst. Darf ich nicht, weil ich riskieren. Ja. Jetzt sagt er auch noch, dass man mit Laserschwert fliegen kann. Also ich weiß nicht. Irgendwie kommt der Typ mir komisch vor. Also wirklich komisch. Ich weiß es echt nicht. Oh Mann. Wenn der Gegner kommt, dann musst du so machen. Ah! Check dich weiter. Ähm, was bringt es dann? Das auf das T-Prozent mehr Feuerrad was. Okay, also muss ich dann den hier machen, wenn die Gegner sind. Ah! Ich. Okay. Wieso? Wieso, wieso, wieso lachst du? Also ich glaub, der Typ will mich irgendwie treuen. Er lacht irgendwie. Ich glaub, er hat vergessen, sich zu muten. Ich weiß es nicht. Aber wir tun einfach mal so, als wenn nichts passiert. So, du hast das sehr witzig gesagt. Dafür muss ich grad lachen. Achso, okay. Ja, aber du hast ja gesagt, ich soll so machen. Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht. Baldat! Ja? Kauf dir vermüftige Schuhe. Ja. Wenn ich auf jeden Fall in euren OG-Clan komme und Earnings hab oder so, dann... Ey! Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht mal einen Grenade Launcher. Ja, 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 sagen die alle. Dein Skin ist doch auch nicht wirklich OG. Also, ich weiß... Doch, der ist OG. Der ist der seltenste Skin im ganzen Spiel. Was sagst du? Leute, was sagt ihr? Ist John Wick der seltenste Skin im Spiel? Ist der seltenste Skin im Spiel nicht der Recon Expert oder Renegade Raider? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Ich kann ihn mitnehmen. Okay, sieben Kills, Leute. So pushen gehen. Ja, ja. Push dann. Die sind im Haus. Ey! Ich hätte gesniped. Erstmal rückzu. Das sind meine Gegner. Komm, töt den. Töt ihn! Hab ihn getrappt. Als ob. Du bist Guru. Du gefällst mir. Aber er hatte noch ein Teammate irgendwo. Da hast du recht. Du bist aber gut für einen No-Skin. Danke, Bro. Aber dein Skin, das regt mich so auf. Ja, ich kann mir dann von euren Earnings irgendwie dann Skins kaufen. Du bekommst dann von uns, ähm, der ist gar nicht selten, aber du bekommst von uns einen Wecon Expert. Richtig jetzt? Das ist gar nicht selten. Ja, der ist das richtig scheiße, der Skin, und das gar nicht selten. Du bekommst aber von uns einen Wecon Expert. Wenn du in unseren Kahn reinkommst. Weil jeder von uns hat John Wick Renegade Radar und das sind die seltene Skins. Okay, okay, okay. Nicht Wecon Expert. Ich mach... Ey, die haben so viel Blumen, die haben bestimmt so einen Hack angemacht. Verstehst du? Warte, warte, ich werfe mal Granaten hoch. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Macht das, macht das Soldat. Hab einen hunderter Hit. Soldat! Puschen, wie du angesagt. Hab einen. Ja, ich mach eindeutig Hacks an. Der andere ist weit. Okay, Leute, das ist eine echt gute Runde. Das ist echt eine gute Runde. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, du hast ihn? Ja, ich bin auch der Beste. Das war mal, Digga. Ich bin schon Sonntag-Kahn-Anführer hier. Okay. Nice. Es lebt nur noch einer. Oh. Oh. Er ist hier bei mir. Er hat mich sehr low geschossen. Ach Gott, reinschwitzen. Komm, töd ihn. Ich mach jetzt gar nichts. Ich geb dir nur einen low. Ich geb dir nur einen Hit. Warte, ich nehm kurz ein Biggie. Komm mal, ich hab den Showbreak gegeben. Ich nehm noch ein Biggie. Der hat Aim-Bot an. Aufpassen. Der hat mir drei Händen zusammengegriffen. Die hacken halt zu oft dieses Spiel. Der hacken halt viel. Jetzt, ich meine. Wo ist der? Oben, oben. Das machst du jetzt. Ich helfe dir jetzt nicht. Mach jetzt. Schneller. Handidat, schneller. Jetzt weg. Oh, der ist ultra low. Wo ist der denn? Komm, lass runter, lass runter. Handidat. Ich muss runter hier. Handidat, guck mal, unsere zweite Regel ist immer runterschießen. Okay, okay, okay. Einfach abhauen. Das ist richtig wichtig dieses Spiel. Aber ich glaub, das wird nichts funktionieren mit dem Runterschießen. Doch, doch. Klauch an uns. Ich seh auch nichts wegen dem Sturm. Da waren sie alle. Okay, okay, okay. Das geht nicht. Runterschießen ist verpackt. Ah, aua. Mama. Das ist beim Unterhauen, was ich gesagt habe. Das war ein Aufrutscher. Ist genau bei dir. Muss ich ihn jetzt töten? Ich hab eine Faffe in meine Trap getroffen. Oh no. Guck mal, der ist weit. Töt ihn jetzt. Sofort. Töt ihn sofort. Sofort, Digga. Töt ihn sofort. Sofort. Töt ihn. Nein. Nein. Töt ihn. Sofort. Digga, wenn du ihn jetzt nicht tötest, ne. Gibt wirklich Ärger. Guck mal, ich hab ihm noch einen 38er Headshot gegeben. Chip Rack. Töt ihn jetzt. Gart ihn jetzt. Au. Okay, okay. Sorry. Meine... Meine Edits waren komplett lost. Oh, GG. Ja, ich bin leider der Best. So shit ich meine. Ey, es tut mir echt leid, dass ich den letzten Kill nicht holen kann. Aber deinen Skin verdammt nochmal. Ja, komm ich jetzt so in den Clan rein? Obwohl ich nicht den letzten Kill geholt habe. Okay, alles klar. Okay, Leute. Ich hab leider den letzten Kill nicht geholt. Aber ich hatte, glaube ich, 8 Kills oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte, glaube ich, 8 Kills. So um den Dreh. Und mal gucken, ob ich jetzt in den OG-Clan kommen werde. Mal gucken. Okay. Okay, komm ich jetzt in den OG-Clan rein oder nicht? Ja, du kommst in den OG-Clan rein. Möchtest du einen Skin haben? Ich hab's gerade nicht verstanden. Was möchte ich haben? Einen OG-Skin. Gerne, wirklich. So, viele meinten auf Recon-Expert. OG-Skin ist aber gar keins. Ich geb dir einfach einen Recon-Expert-Account. Recon-Expert? Oh, nice. Das Skin ist richtig hässlich und das ist kein OG-Skin. Oh, okay, nice, nice. Dann werden wir wahrscheinlich... Ja, und da musst du jeden Tag 12 Stunden trainieren in Trayton. Jeden Tag 12 Stunden? Ja. Okay, nice. Dann bedanke ich mich erstmal, dass ich in den Clan rein darf. Obwohl ich nicht so gut gespielt habe und den letzten Kill nicht bekommen habe. Aber wir waren eigentlich ein gutes Team und das ist ja wichtig, denke ich mal.